Auf das, ein Platz von einem Teil der Eingang, das ist ein Platz, ein Platz, ein Platz, ein Platz, ein Platz, ein Platz. Und einer ist in Kurve 3 gestürzt, das Bike brennt, und damit nehme ich an, haben wir die Fraschi. Rote Flagge ist draußen, ab und rote Flagge, welches Bike da auch immer brennt, wer da zu Boden gegangen ist. Es könnte kein Pärtschlo sein, aber ich will das nicht verschreien, denn der hat jetzt, der Fälteste, nein, Salvadori war das, der 17 April mit Salvadori, der Italiener Lorenzo Salvadori.